Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hartz IV schützt nicht vor Armut. Wir haben in Deutschland 8 Millionen Menschen, die Grundsicherungsleistungen beziehen, 8 Millionen jeder zehnte, und dazu kommen noch mal 4 bis 5 Millionen Menschen mindestens, die einen Anspruch haben, das aber nicht beziehen, die sogenannten verdeckt Armen. Das heißt, wir haben 12 bis 13 Millionen Menschen in Deutschland, die auf Hartz-IV-Niveau oder darunter leben. Armut ist ein Problem in Deutschland, und dagegen müssen wir was tun. Wir Grünen wollen selbstbestimmte Teilhabe für alle. Das heißt, wir wollen ein Deutschland ohne Armut. Armut vermeiden bedeutet übrigens mehr als Geld. Das ist ein Aspekt, der völlig in dem Antrag der Linken fehlt. Wir brauchen Zugang zur Arbeit. Wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt als Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes. Wir brauchen inklusive Bildung. Wir brauchen gute Gesundheitsversorgung für alle. Und zunehmend haben Menschen keine Wohnung in Deutschland. Ich finde es unerträglich, dass in Deutschland 50.000 Menschen auf der Straße leben müssen. Ein reiches Land wie Deutschland sollte es möglich machen, dass niemand auf der Straße leben muss. Aber zur gesellschaftlichen Teilhabe gehört in einer Marktwirtschaft auch Geld. Deswegen müssen wir zusehen, dass das soziokulturelle Existenzminimum für alle staatlich garantiert wird. Denn das ist ein Grundrecht und ein Menschenrecht. Das fängt bei der Grundsicherung an. Die Linke tönt immer, Hartz IV muss weg. Aber dann kommt in dem Antrag nur mehr Geld und Abschaffung der Sanktionen. Das reicht nicht. Um nicht missverstanden zu werden. Der Regelsatz muss erhöht werden. Und auch wir wollen die Sanktionen abschaffen. Wir haben just heute einen Antrag dazu eingebracht, in dem wir fordern, die Hartz-IV-Sanktionen abzuschaffen. Aber es braucht noch mehr. Die Grundsicherung muss vereinfacht und barrierefreier werden. Wir brauchen mehr Rechte für die Arbeitslosen, damit es eine Vermittlung auf Augenhöhe gibt. Wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt und vieles mehr. Trotzdem, Grundsicherung zu reformieren reicht nicht. Denn bedürftigkeitsgeprüfte Systeme sind aus mehreren Gründen immer problematisch. Wir haben immer verdeckte Armut, weil es Leute gibt, die die nicht in Anspruch nehmen. Es ist fast immer mit Stigmatisierung verbunden. Und, der Kollege Kober hat das eben schon angesprochen, durch die Anrechnung von Einkommen lohnt sich mehr Arbeit häufig nicht. Das liegt aber in dem System. Und das kann man in dem System kaum verändern. Deswegen ist eine Verbesserung der Grundsicherung notwendig. Aber sie führt in ein Dilemma, weil dann noch mehr Menschen Grundsicherung beziehen. Deswegen kann das alleine nicht die Lösung sein. Für viele von uns ist eine Alternative das bedingungslose Grundeinkommen. Was eine Möglichkeit ist, eine Grundlage für alle zu schaffen. Und das Grundeinkommen ist übrigens nicht eine bedarfsorientierte, bedingungslose Grundsicherung. Das ist ein großer Unterschied. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt bei uns aber auch viele, die sind skeptisch, die sind gegen ein Grundeinkommen. Wir werden diese Diskussion offen, kontrovers und konstruktiv führen. Weil es ist eine wichtige gesellschaftliche Debatte über die Alternativen. Und wir Grünen werden diese Debatte führen. Aber wir sind zumindest dafür, Leistungen für einzelne Gruppen zu schaffen, die das Existenzminimum ohne Bedürftigkeitsprüfung garantieren. Die Garantierente, die eine echte, nicht bedürftigkeitsgeprüfte Rente ist. Nicht so eine verkappte Sozialhilfe wie bei den Linken. Oder die Kindergrundsicherung, die das Existenzminimum für alle Kinder sicherstellt. Solche Maßnahmen braucht es, um zu verhindern, dass die Menschen gar nicht erst in Hartz IV absinken. Ich finde, eine weitere Gruppe sollten wir in den Blick nehmen. Das sind die Erwerbstätigen. Über eine Million Menschen beziehen Arbeitslosengeld II, obwohl sie erwerbstätig sind. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, die kriegen wir die raus aus Hartz IV. Der Mindestlohn sollte so hoch sein, dass keine Aufstockung notwendig ist. Das ist im Moment nicht in allen Fällen der Fall. Deswegen muss der Mindestlohn steigen. Aber wir brauchen auch für Selbstständige oder Teilzeiterwerbstätige alleinerziehende Maßnahmen, damit die nicht in Hartz IV abrutschen. Weil die gehören da eigentlich nicht rein. Wir brauchen insgesamt ein System von Garantieleistung als Alternative zu Hartz IV. Von einer besseren Grundsicherung über die Kindergrundsicherung bis zur Garantierente. Das ist unsere Alternative. Deutschland ist ein reiches Land. Aber der Reichtum kommt nicht bei allen an. Wir sollten endlich mit dem Ausstieg aus der Armut beginnen. Armut, nein, danke. Vielen Dank. Ich erteile das Wort dem Kollegen Frank Heinrich von der CDU-CSU-Fraktion.